Gestern früh ist ein Zebra-Baby geboren worden von unserer Stute Manascha. Das ist ihr erstes Baby. Wir sind ganz froh, weil es ist nämlich ein kleines Mädchen. Wir haben im Moment keinen Hengst, also sprich der Papa von dem kleinen Kind ist nicht mehr bei uns in der Herde. Das heißt, es darf langfristig auch bei uns bleiben. Wir haben jetzt also Mama und Kind plus die Stuten jetzt gerade zum ersten Mal auf die Anlage gelassen. Das war sehr spektakulär, würde ich sagen. Also das haben wir so tatsächlich noch nicht erlebt. Die anderen Stuten wollten tatsächlich das Baby teilweise wegnehmen und waren sehr aggressiv. Und die Mama hatte ordentlich zu tun, darauf aufzupassen und jetzt so nach einer Viertelstunde hat sich alles beruhigt. Kind ist wieder bei Mama. Es ist etwas nass geworden, hat tatsächlich auch schon Bekanntschaft mit dem Graben gemacht. Aber jetzt ist alles gut und alle fressen und wahrscheinlich ist das jetzt auch erstmal geklärt.